Wir rechnen mal mindestens mit drei Monaten und bis dann am Ende, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er ein sehr gutes Heilfleisch hat. Er wird die Zeit bekommen, ich habe es vorhin ja gesagt, er hat da alle Unterstützung vom Verein, von der Trainerseite, auch von den Mitspielern. Ich glaube, da war jeder gestern sehr geschockt, sehr traurig über diese Verletzung. Wirklich schade um ihn, wie ich fast eine Tragödie muss, wenn man seine Historie so ein bisschen anguckt. Ich denke, dass Jérôme dabei ist, so war jetzt die Planung. Genauso wie Javi, Martinez und Leon Goretzka, die haben beide, Jérôme trainiert die ganze Zeit mit, beide haben gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, es hat gut ausgeschaut. Eintracht Frankfurt hat die beste Mannschaft 2021, die meisten Punkte haben einen sehr guten Lauf, eine sehr gute aktuelle Form. Bayern München, wir haben einige Spieler, die nicht dabei sind, können nicht aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem denke ich, dass wir enorme Qualität haben, trotz der Verletzten, trotz der, die nicht dabei sein können. Ich glaube, das ist ein sehr guter Freund. Und dann...